So, da sind wir wieder. Ich glaub, mein Schwein pfeift bei der Hand, ey. Das Kotzen. Was nehmen wir da? Einen von den beiden nehm ich. Machen wir mal so. So, was sollen wir mal machen? Ich hasse Darkwells einfach nur. Abgrundtief. Ein Face, oder what? Ich tippe auf den B-Steller und ein Licht oder ein Snow. Auf den B-Steller. Ich tippe auf den B-Steller und ein Licht oder ein Snow. Dachte ich mir. Okay, mal gucken. Erstmal greife ich an, bevor ich Duelle deaktiviere. So ein Penner, ey. Was hat er? Und? Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Raffa? Äh, äh. Die. Scheiße. Shura. Okay, wir gucken mal kurz. Wir haben zwei Darks. Äh, und ich sette noch eine. Und schließe ich unseren Ikaos. Was ja auch wenigstens etwas ist. Ähm. Ich kann's anvisieren. Das ist, das ist möglich, aber. Mich nervt diese Scheiße hier schon wieder. Äh. Wirf sie Rocko ab. Snow. Ey, es ist, es ist so eklig, diese Draw Engines, die in letzter Zeit, äh, diese Search Engines, die in letzter Zeit, äh, ich sag mal, erscheinen oder öfters erscheinen. Einfach Snow Dragoons, diese, 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 diese Search Engine ist doch krank. Richtig krank. Richtig krank. Ähm. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich jetzt im, zwei, drei, fünf. What? Gates. Penne. So eine, so eine Arschgewurt von Karte, ey. Die hätte nie released werden dürfen. Ja, schmeiß ab. Die hätte es nie geben würden. Genauso wie die Viren, ey. Es ist so zum Kotzen geworden. Er braucht auch Handkarten. Also, er, äh, das Minimum bei ihm ist, er muss eine Handkarte haben. Okay. Oh. Eben. Und jetzt. Tipps. 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 Also verbessert mich. Ich werde das auch nochmal nachgucken, weil dieses Ruling ist ein bisschen verworren. Okay. Ich werde das nochmal nachgucken, so im Nachhinein. Werde ich auch in der Beschreibung hinschreiben. Das ist so ein ekelhafter der Scheiß, ey. Drei, vier. Ich frage mich all... Na, ich habe wenigstens ein Value Play. Das hat ihm jetzt nichts gebracht. Er kann nichts machen. Was soll er auch machen, ne? Oh, da kommt mir eine gute Idee. Wir haben einen Graffer im Grave. F, go for this. Dann gehen wir auf 6. Go for Armdwing. Dann Value F. Du kannst, kann ich auch. So, der in der Mitte ist der Versynchrote. Das heißt, der über Value kam... Ähm... Der Blackwing, äh... Der Armdwing, der über Value kam, dessen Effekt ist negiert. Das heißt, der rechte Äußere hat keinen Effekt. Er macht kein Piercing und das war's hier an der Stelle. Also... Das war nur ein Hauch von dem, was ich, äh... meinte von wegen Dark World. Ist ein richtig asoziales Deck geworden. Drag it down. Wie ihr ihn? Guckt's euch an. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, bis dann und ciao. Euer.